hallo mein lieben zu schauen herzlich willkommen zurück zu einem weiteren part von chernobyl so wir beenden jetzt hier den tag mal sehen wie es noch mal weiter geht dann langsamer sicher muss immer zum ende kommen dear eagle apologies for this pre-recorded message but it's for your own safety i found something that will help you in your search the documents are on the roof of the pripyat hospital come as quickly as you can and try to be discreet my superiors would be very unhappy if they knew i was helping you i knew i could count on the old man i would have contacted him sooner if only i'd known he was here we should move out mousy the rat king isn't going to lie down and die without our help so warte mal kurz kurz gucken ach ja scheiße ich muss noch was in dem kerker das hätte ich vergessen gut ach ja das habe ich noch vergessen ja okay das habe ich jetzt auch vergessen so da habe ich hier noch 82 hier noch 154 wird das reicht so was der professor denn dazu von mir möchte warte mal das ist hier so in den gelben bereich moment mal ganz kurz die strahlungsmedizin egal da haben wir jetzt mal beides hier rein machen wir das mal auf volle pulle hier egal da haben wir so aber ich muss noch mal ganz kurz zurückgegucken ob ich noch was herstellen kann so was brauche ich jetzt von jedem zwei stück wenn es geht okay heilungsgeschichte ist okay jetzt bin ich kräutermäßig blank und jetzt kann ich den anderen kaum nicht mehr herstellen egal gut gut ich habe ja noch hier an die strahlung ich habe jetzt hier noch drei für meine ich habe hier noch zwei alkohol um die psyche zu beruhigen gut das muss funktionieren das muss reichen muss alles klar war nochmal essensverstärker schicken wir ihn hin 95 ja gut auf wie auf verdammt ich habe jetzt wieder vergessen den lauf aufzuwechseln normaler kann lasch den kopf damit dauerfeuer habt dann noch mal aber egal ja der schon wieder diese karte schon wieder in das krankenhaus ja ich kenne hier einfach einfach hier die schaubstraße entlang ok das sind solche komischen vier da wieder keine soldaten ok ich versuche wieder mal zu umgehen so warte mal warte mal ist hier schon wieder irgendetwas naja ich bin natürlich in die falsche richtung gerannt aber ist egal so warte mal ist gleich einen kürzeren weg hier vielleicht vielleicht hier durch ok jetzt sind wahrscheinlich auch wieder ja 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 das bliefe folgt mich ne ja 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 so also das krankenhaus ist dann gleich da also tatsächlich gerade für ein geräusch diese boom boom ist das jetzt hier die musik oder so warte mal ich soll jetzt ob das dach aber alles klar hier geht es weiter hoch ist da aber ja hier geht es auch nicht weiter ich vergesse immer wieder wo das kappenhaus ist beziehungsweise wo es noch einen weg nach so wo ist er denn jetzt schon der auch jetzt ist wieder so eine schnitzeljagd diese muss be the documents professor seminar left for me oh nein 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 ich steve es ich gehe 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 etwas ist mit meiner die gel ich gehe weit ok kreize funktioniert nicht ach du schreize ach ach du grüne kacke scheiße ok ok gut es gibt mehrere solche störgeräte die muss ich jetzt alle aufschalten damit ich mein portalgeneralavier benutzen kann das kreize naja Ja, ja, und zu einem Überfluss kommt jetzt ja auch noch der schwarze Stalker gleich an, das sieht man. Okay. 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 I have to turn that thing off. No time. Still nothing. Have to find the other device. Okay. 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 Wieso greift der schwarze Stalker eigentlich nicht die anderen an? I detected the echo of a recent wormhole. You're not half a- Why did you have to come- Let's see what you're making. Okay. You have to follow surprises. But it's not over yet. Okay. 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 Let's go. so das müssen wir schon mal eine Züche hier beruhigen das Gerät hier muss genau über mir sein, einen Stock weg höher Echt jetzt? Ne, das kann nicht sein, dass die Quest jetzt abgeschlossen ist aber warum, das Gerät funktioniert doch noch 1 2 3 2 3 so aber moment mal ja war ja gut dann könnte ich jetzt eigentlich verschwinden aber warum funktioniert das gerät da oben denn jetzt noch an die war am einen höher So, tschüss und weg. Ah, tja, Wouti langsam zum Massenmörder. Ok. Okidoki. Ah, tja, Wouti. Ah, tja, Wouti. Ah, tja. Ah, tja. Tja, Wouti. Ah, tja, Wouti. Die beste Pläne von Meister und Männer gehen oft zur Scheiße. Ich verstehe. Und ich bin der Maus in diesem Quote. Warum wäre ich nicht Mausi? Okay, dann reden wir nochmal mit den anderen. Wir hatten ein paar große Spiele zusammen als Mercenaries. Ich erinnere mich, Anton, über Kaschum zu sprechen. Was war das alles? Kaschum war ein grosses Geschäft. Wie viele wissen Sie über die Civil War in Syrien? Nicht viel. Ich habe andere Dinge in meinem Geist. Du und den Rest des Weltes. Keine Ahnung über diese Leute. Für die großen Spielern, Russland, USA, China, Most of these war-torn countries are nothing but a playground for testing their weapons and making policy. It's called war by proxy. Us mercs usually play a supporting role to the armies on the ground, supplying intel, equipment and tech. There's an unspoken rule that we never attack each other directly, but sometimes we get in each other's way, and then things can get out of hand. That's what happened in Kaschum. Assad's forces, backed by Russian mercenaries, clashed with the SDF, which was supported by the US. The US used dozens of drones, fighter jets and helicopters to pretty much annihilate the opposition. Anton and his mercenary buddies weren't equipped to deal with that kind of air superiority. He watched some of his friends die, and came close to getting killed himself. I admire your bravery and dedication, Olivier. And Anton's. Still, I can't help but wonder why we keep killing each other over some godforsaken strip of land. It goes against everything I believe. And I admire your idealism, Igor. But you're in the minority. And sometimes violence is the only way to solve a problem. That's something I think you're going to learn in the near future. Okay. There he is. He is there. You have a second, Igor? Sure. What can I do for you? I was just thinking about my friends. Xena, Yuri, Ludmila, and Igor. Your namesake. They were the best fucking guys and gals I've ever known. When I first arrived, I was lost. Just stumbling around in the dark like an idiot. They took me in and we became inseparable. The greatest team of stalkers the world has ever seen. Will ever see. They called us the Pripyat Five. It was a stupid ass joke, of course. But I still liked it. Xena was the smart one. Whatever the problem, she always had a solution in her back pocket. She could get us out of every kind of goddamn mess. Yuri was the strongest guy ever. He was our shield. It was like he was carved from wood. Igor was the leader. But really, he was like the older brother I never had. And then there was Ludmila, the party girl. We did so many drugs together. I had a bit of a crush on her and I think it was mutual. Shit. I'm really sorry, Mikhail. Everything reminds me of them. This place. We built it together. We carried all this shit on our backs. Like fucking ants. I never worked so hard in my life. It was supposed to be our post-apocalyptic hive. The Pripyat fucking five in the hive. My homies. My home. I'm really sorry, Mikhail. I hope you can at least find some closure here. Good. Dann reden wir jetzt nochmal mit ihm hier. How are things, Professor? Okay. Kein Gespräch mit ihm. Alles klar. Gut, gut. Okay. Dann beende ich jetzt hier den Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn's gefallen hat, daumen wir ein Abo und sag das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye. Vielen Dank.